Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play League of Legends. Mein Name ist der Burak und aka Jeff der Schwätzer und ich spiele diesmal nicht mit dem Jonas, sondern, ihr seht es hier, MrFactPianoXX. Wer ist das denn wohl? Oh Gott, das ist leider der Kevin, der Vollmongo in dem Spiel. Oh Gott, was soll ich mir jetzt denn kaufen? Kevin ist ein Totally Faggot-Anfänger. Er hat das Spiel noch nie gefehlt. Ja, okay, doch ein paar Mal, aber auf jeden Fall, er ist nicht so gut, ja, also bitte nehmt ihm das nicht übel. Ich flehe euch an. Oh, und diese Troll-Bot-Lane, natürlich. Ah ne, die Kassadin geht ab gar niemand. Na doch, die Kassadin geht ab. Also das Game ist echt ein Troll, weil sie sind halt alle noch nicht so hoch, außer der Yosu und ich, denn ich bin level 30 und Yosu ist level 25. Ja, was ist denn jetzt los? Wer, wer, wer dingst denn hier die ganze Zeit? Was soll der? Don't ping, please. That's annoying. Soll ich jetzt hierbleiben? Ja, geh einfach zum Yosu. Yosu. Außerdem, der Darius, er geht da hin, der hat noch einen Skin, also ich hab ihm einen Skin geschenkt, mit seinem Geld. Oh Gott, Alter, dieser Typ regt ja mal mega auf. Schick dich. Hör einfach nicht auf die Pings. Es juckt doch niemanden. Leider hab ich wieder vergessen, mir Musik zu suchen, also Gamer-freie Musik, und ich hab echt keine Lust, dass dieses Video schon wieder hier mit diesem Soundproblem kriegt, weil irgendwie irgendein Musikstück da Gamer-Dingens ist. Hey, you died. Fick dich. Guck jetzt, guck, guck, guck. Zack. Und der Typ soll mich mit dem Fettem- Habt ihr das gesehen, Jungs? War das nicht einfach nur Epsilonisch? Das war einfach so Epsilonisch. Wie ich den jetzt kriegen werde? Boom, habt ihr das gesehen, Alter? Oh mein Gott. Leider hab ich ja auch nicht die richtigen Z-Runen mitgenommen, sondern einfach ein Radier-Runen. Jetzt- Grad ein bisschen- Pingabgespackt, aber Aber Es läuft wieder. Es läuft wieder. Es läuft wieder. Es läuft wieder. Da hab ich sie nicht erwischt. Scheiße. Ich geb dir- Ich geb dir vollkommenset Missgeburt. Let us all unite! Jetzt wird geraped! It's raping time! Aha, was willst du tun, MJ? Ha? 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 MJ? Ich hab dem Instant gegeben! Soll ich wie oder die Dingsen? Ich dachte schon jetzt nicht! Soll ich wie oder die Dingsen als erstes? Bro, ich hab gerade überhaupt keine Zeit! Ach, derga, dann mach ich weh! Ganz einfach, Digga, ganz einfach! Mh... Alter, wir hätten ihm gehen! Wtf! Da kommt der Mr. Cassadin mich ganken, oder was? LOL, Alter! Wollt er mich jetzt grad wirklich trollen? Ab und zu werde ich auch auf Botlane gucken, wenn ich im Mitte nichts zu tun habe. Also... Ja, ich werde jetzt einfach mal hinter ihm bleiben, ne? Nicht, dass ich da tatsächlich einen in die Fresse bekomme. Oh, fuck! Das war nicht so cool! Oh, das war ja überhaupt nicht cool, auch von meiner Seite aus! Die will, die will, die will's aber wissen! Die will's aber wissen! Und damit sie's nicht weiß, geh ich einfach back! Und komm mit ein bisschen Healpots und so wieder! Damit sie's nicht weiß, geh ich einfach back! Du bist so dämlich und geil zugleich auch, ja! Sorry, du Model! Sorry, du Model! Alter, was will die von mir? Die kann doch soweit gar keinen Speer werfen! Nö, was jetzt? Den Speer reicht nicht mehr aus! Oh yeah, jetzt hab ich Q, W und E! So, jetzt hol ich mir mal schön hier so'n Langschwert und ein paar Healpots! Healpots! Krass, Digga, was macht denn der für nen Scheiß? Und wie ihr gemerkt habt, wahrscheinlich hab ich meinen Namen geändert! Von 15 Monster Faggot 12 zu Mikasa Komisama! Fünfzehn? Was? Fünfzehn Monster Faggot 12 hab ich gesagt! Ja, ich sollte meinen Namen vielleicht auch irgendwann ändern, wenn ich das öfter spiel! Let's all unite! Ah, ich weiß ja nicht, ne! Er weiß noch nicht, ob er dieses wunderbare Spiel öfter spielt! Wie kann er erst nur warten, Mann! Oh shit! Boah, die sind schon Stufe 3, ne! Boah, die sind schon Stufe 3, ne! Also, so krass kacke ich nicht ab! Da hab ich ihr grad richtig gegeben! Digga, dieser Typ! Die Wastet ihr Mana! Über krass! Und ich, der Babo! Gebt ihr voll! Die hat aber ziemlich viel, äh... Leute, Jabo's for lives! Äh, for lives! Ne, was? Ja... Was soll ich Air Leveln? Die Q, B oder die E? Was wär besser oder wichtiger oder bla bla bla? Et cetera! Ähm, Q natürlich! Ja, okay, dann hab ich die Q ja richtig gelabelt! Oh mein Gott, ich hab ihn wirklich nicht getroffen! Ist das denn seriously ernst? Boah, Junge, ich geb den so krass, ne! Ah, Digga! ZOP! ZOP! Z is just OP! Was denn? Was? Er sagt wieder, man sollte vorsichtig sein hier! Ja, er hat SS gesagt! Aber das ist doch klar, Mann! Bin mir da auch sicher! Werd hier garantiert nicht sterben, jo! Na gut, vielleicht schon! Ja! Ihr kennt mich ja, haha! Nach... Nach was, Alter? Glaubt ihr wirklich? Glaubt ihr wirklich, der Kevin wird sterben? Glaubt ihr wirklich, ich hätte euch nicht gesehen, ihr Missgeburten? Missgebürten? Mehrzahl! Ja komm, komm, komm! Spring mir entgegen, du Missgeburt! Willst du nicht, ne? Du hast Angst, du hast Schiss, du Missgeburt! Denn... Digga, die hat ja voll wenig Leben! Nee, die werden's doch sicher! Beim ersten Sprung, den du machst, Alter! Werde ich dir geben! Ich will endlich... Ich will endlich die Air-Leveln, Mann! Pfff! Easy, Alter! Wtf, Alter! Ja, ja, ist ja gut, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß! What the hell is your damn problem, man?! Aber ich dachte, ich dachte wirklich, ich würd... Ich würd hier eiskalt verkacken! Let's all unite! And you do a fight for the... Okay, da ist ein Level-4er mit... Boah! Der hat gehealt! Wie kann man so dumm sein?! Was zur Hölle ist denn das?! Okay, ich hab... Kein Mahner hören! Was zur Hölle? Ab... Stufe 6 bekommt man dann... Äh... Die Air, ne? Oh damn! Die Ulti, meinte ich! Die nennt man ja Ulti! Hoffe ich mal! Ja, die nennt man Ulti! Let us all unite! Die alte Nidale-Q hätte mich jetzt getroffen! Die hier hätte mich wahrscheinlich auch getroffen! Urag bei mir spackt der... äh... hier das Spiel ab! Warte mal, Verbindungsaufbau! Boah ey! Oh! Du bist disconnected! Ich bin disconnected?! Unnötigerweise geflasht! Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft! Oh ich habe hier in der... Schön ich hab auch ein 500er-Ping, weshalb los! Und das geht nicht wie recht! Ich hab einen hulig verstanden! Warum mich verliess auch nicht! Weshalb hab ich ein 500er-Ping? Was zur Hölle? Ich weiß es nicht! das normal im ts hast du dich noch klar und deutlich ach komm schon alter jetzt bin ich wahrscheinlich schon längst verreckt bin bin ja draußen war doch mal egal ich schau mal kurz was da los ist also im ts habe ich einen neuner ping ey ich versteh es nicht aber man warum treffe ich dich denn nie mit der queue woher kennst du das problem nein weil eigentlich einfach nochmal ein drück auf reconnect die spiel beenden oder nein wo steht wo steht denn bitteschön reconnect mach spiel beenden und dann noch mal reconnect so diesmal habe ich dich getroffen um das geburt wie beenden boah ist das einfach ich musste ja nicht mal beim bilgewater verbindung wieder herstellen oh shit alter das ist natürlich richtig kacke über der erste runde schon mal verbindungs fehler zu haben aber solange ich mich da wieder melde ist okay 40 erwartet nicht so keine ahnung über place weil die sind halt nicht so level 30 deswegen kann ich hier keinen face to face auf hohem niveau erwarten und ihr solltet das lieber auch nicht tun und von mir erst recht nicht ne doch seine place könnt ihr anschauen weil er ist nämlich level 7 wo die gegner doch eigentlich durchschnittlich level 15 oder 16 sein sollten also der durchschnitt von seinem level und von meinem level ist so schlecht alter will sich bestimmt keiner reinziehen warum also im moment spielst du gar nicht gar nicht ja ist klar beende einfach die prozess struktur oder sowas ja mach ich mal kurz terminierung forcieren ich würde nur auf mein bilgewater warten master g könnt ihr übel einfach beten wenn er seine q auf die auf euch macht dann flasht euch einfach in den tower dann erscheint er in den tower das ist zu einfach jungs das ist echt zu einfach beenden wenn du das spiel nun verlässt wirst du eine zeit strafe nein wirst du nicht wie jetzt beende ist und join einfach nach noch mal nur wenn du afk gehst wenn das spiel beendet wird dann zählt das als lief und das könnte als zeitbahn enden aber wird bei dir eh nicht so sein das ist ja noch dein zweites mal als du gelieft bist also wird das denke ich mal passen das habe ich noch mal auf starken gedrückt ja aber das kotzt mich gerade echt an passwort eingeben nein ihr dürft das nicht erfahren oh schade let us all unite and just fight for the new world oh 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 please funktioniere ja es funktioniert biga lightkönig darius ist wieder im spiel und jetzt sogar mit einem 42er ping noch schlechter als vorher egal besser als ein 500er ping dddddominating dddddominating ding ding jetzt bin ich wahrscheinlich total im nachteil oder allerdings das hast du das mein freund bist du oh gott das ist doch zu kotzen ey leute ich bin anfänger und schon nachteil alter tja durch das set mich aus der second halten lol guck mal alter ich brauche unbedingt die sachen die ich für diese gefräßige hydra brauche oh ja jetzt habe ich jetzt habe ich diamant das reicht schon mal nicht hier verschläuterte jaja toll diga ich bin echt im nachteil also so richtig krass im nachteil jetzt sollte ich mich mal wieder sputen Jetzt habe ich die R Ich weiß jetzt nicht, was Burak wieder treibt Bin ich mir leider nicht sicher Terminiert Okay So Sollte mal wieder ein bisschen Geld sammeln Habe ich wieder 240 Okay Das ist so unfair Was denn? Ich bin dem so krass ausgewichen, ne? Ich bin dem in seinen Jungle gefolgt Hätte den noch fast getötet und dann ignitet die Fotze mich Okay Ich hätte gerade den übelsten Play raushauen können, man Ich Idiot, Alter, ich habe da gerade richtig Ich träum dem Yasuo einfach mal gar nicht Let us hold, unite And just fight for the new world Spaß Hmm, das ist auch einfach kein Charme, mit dem du Eins gegen zwei early machen kannst Das ist halt der Late advantage von ihm, aber Die denken sich so Ja komm, lass mal zu zweit auf Z gehen Sterben fast beide, Alter Idiots Du hast deine Ulti? Nice Ja, ich habe meine Ulti Immer wenn sie wenig Leben haben, instant Ulti machen Du exekutierst sie dann Ja, 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 ich muss halt mit der Maus auch richtig zielen, ne? Oh, shit Weißt du, manchmal, äh, früher, also als ich das noch gespielt habe Ja? Die guten alten Seiten, ne, so richtig geil, ne? Ach was Ne, da, da ist mir mal passiert, dass ich zwar hätte Ulti benutzen können, habe es auch gemacht eigentlich Jedoch Ich habe ihn gerade einfach getowerreift Jedoch habe ich ihn einfach nicht mit der Maus getroffen Ich habe fünfmal draufgedrückt, dann habe ich die Ulti auf irgendeine Person gemacht und dann bin ich gestorben Ja, ja, geile Geschichte Krooooooooss Natürlich, schlechtes Ende, aber ist ja egal Geile Geschichte, schlechtes Ende, was willst du tun? Was willst du tun? Ah, ich habe jetzt einen Weiß in der Mitte, gg Gut, ich hole jetzt wieder ein bisschen auf, glaube ich Also, so fühlt es sich hier Jedoch an Hm Ge-Phrase-ge-Hydra Ge-Phrase-ge-Hydra Let us all unite Let us all unite Let us fight for the world Let us fight for the world Da binde da wurde getetet So Ich habe eiskalt noch gar keinen Kill Noch überhaupt nichts eigentlich Ich bin auch nicht mehr gestorben oder so Ach kacke Okay, mit dem werde ich mich jetzt, glaube ich, mal nicht anlegen Wie heißt der? Rice Rice Dieser Rice Dieser Rice Fresser Dieser So Wenn ich meinen Schatten habe, werde ich jetzt Auf die Jinxie Mingxie jumpen Sie zerfleischen Sie zerfleischen Sie zerfleischen Und dann epsilonisch wieder zurückspringen Ungefähr so Zack Dann so Dann so Dann so Und dann so Okay, gegen diesen Typen werde ich mich auch mal nicht anlegen Ich bin jetzt nicht so elegant, aber Ich bin, glaube ich, der größte Schisser in LOL auf Erden Ich bin, glaube ich, der größte Schisser in LOL zu sein Gegen Niederli zu spielen ist einfach so einfach, ne? Du musst einfach nur ihren Speer endeutschen Eigentlich gar nicht so gut, oder? Der größte Schisser in LOL zu sein WTF Die Duffliche Keine Sorge Jungs, ich werde niemanden flamen oder so Ich bin einfach nur Wütend Was hole ich mir denn? Hm, ich könnte mir natürlich Last Whisper holen Allerdings Hat noch niemand von denen Rüstung, oder nicht? Hör doch auf, Mann! Hör doch auf, Mann! Hör doch auf, Mann! Niemand hat Rüstung WTF Dann hole ich mir natürlich Sanjas Oh, shit, shit Also da werde ich mich auch mal nicht anlegen Das sollte ich mir holen, genau Und danach hole ich mir Einen schönen Blutdöster Und dann passt das auch Wie heißt denn immer diese blaue Rüstung? Ladies of the Night Blaue Rüstung? Ja, da gibt's so ne overpowered Rüstung Ähm, guck halt in den Shop und sag mir welche du meinst Ja, äh Ja, ich sag's dir gleich, warte mal Ich glaub, nächstes Spiel Wir spielen auch noch ne Runde danach, oder? Ja, ja Danach spiel ich, glaub ich, Udia Jungle Habe ich übel Bock drauf Oh, da ist der V10, der hat sich verschreckt eigentlich Dem werde ich jetzt Ah, okay, da sind zwei von uns Und da ist ein Level 9er Wenn ich mich gut anstelle, dann könnte ich da vielleicht was reißen Seht ihr? Was Rißen, Alter Rißen, haha Wortspiel Aber das liegt daran, dass ich mein Blade nicht benutzt habe Und weil ich, äh Zu spät meine Fähigkeiten benutzt habe Also kam der Burst nicht durch Mein Schatten, geschweige, dann hab ich auch nicht benutzen können Also, eigentlich bin ich der Mächtigere Was man ja auch gesehen hat, da ich den Kampf gewonnen habe Allerdings War das kein eindeutiger Kampf Ich weiß noch, was er da anders hätte machen können, aber So eine fette Kugel hab ich in meinem Leben noch nie gesehen Krass Absolut krass Ja, Digga Ja, ja, so, ich versteh's Ja, ja Halt die Fresse Mein Farm ist auch unter aller Sau Benötigt Hilfe bei äußerem Turm, hör Ah, fick dich doch, Mann, ich schaff das doch Ey, du hast noch keinen einzigen Tod, Alter, das find ich echt cool Ja, ich bin auch der vorsichtigste, oh shit Oh shit, ich bin verlangsamt worden Oh shit, oh shit, absolutely shit, oh shit Oh, da sind zwei von diesen Unser Kassadin kommt Okay, vielleicht will ich doch ein bisschen Hilfe, Leute Unser Kassadin kommt, wie gesagt Unser Kassadin Unser Kassadin Kassadin Kassadinowitsch Kassadinowitsch Oh, ich bin auch da, ne Oh, okay Go, 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 go Zieh sie rein, zieh sie rein, zieh sie rein, zieh sie rein Ja Nein, du hast einen Spaß Ey, jetzt hab ich mich fail geflasht, WTF Du, du hast mein Kegel klaut Ich hab doch so meine Ulti drauf gehauen, ey, du bist so ein Spasti, ich hasse dich So ein Spasti Das sah so cool aus, Alter Ja, dann explodiert die Fotze noch Oh mein Gott, Alter Ich will unite Weißt du, ich hab, ich hab so geschrien eigentlich, weil ich dachte, ich hätte ihn gekillt, Mann Oh mein Gott, was für ein Killsteal, ich hasse ihn! Spaß! Ja Äh, ich, ich teleportiere mal mich zurück, ne Mach das Du kriegst Du kriegst keinen Farm, Junge Egal, was du machst Weil ich hab jetzt 2000 Punkte da Da lässt sich locker was machen Locker 2000 Gold nennt sich das Für mich sind das Punkte, fick dich So Jetzt hab ich Das leider gerade benutzt, wie dumm ich auch bin Mann, bist du dumm Du bist so dumm Du bist so dumm Du bist so dumm Oh mein Gott, er ist so dumm Ich hab noch nie Ganz stumpf, ganz stumpf Wie jetzt stumpf? Ich bin einfach ganz stumpf auf ihn draufgegangen Jetzt mach ich mal ein 1 gegen 2 auf Botlane Ich hab 3000 Gold, Alter, so Wenn ich sterbe, ist auch nicht so schlimm Hey, Digga Ja Jetzt hab ich die gefräßige Hydra, ja? Krasser Typ Absolut krasser Typ Die ist so fucking gefräßig, Mann Die wird euch alle Die ist so fucking gefräßig, Alter Die ist ein Rice-Fresser Du verstehst? Ein Rice-Fresser So, da hab ich mich schon mal Legendary gesinnt Die frisst Rices Heilige Scheiße ist die schnell gestorben, irgendwie Oh, ich bin Legendary, krass Oh krass, du bist Legendary Ich bin auch Legendary, aber in real life Achso Achso Okay Du wusstest das nicht Legendary? Ich mag aber kein Legendary Dieser Borderlands Insider ist so mega nice Lief, Alter Lief, Alter Lief uns alle unieren Und nur um eine neue Welt Lief uns alle Ja, lass mal schauen, ob sich da jemand befindet der mich eventuell töten möchte So Dann töten wir jetzt einfach mal die N school Nein! Denn sie möchte getötet werden und ich laufe ganz provokant in Disrespect mäßig in die Falle rein. Wenn wir das schnell beenden... Oh fuck! Nein, jetzt habe ich mein Ulti drauf gemacht, wie dämlich bin ich! Wie dämlich bin ich. Oh ne, jetzt haten die mich alle gleich. Oh oh. Der Shitstorm. Ich rieche... Burak Burak, ich rieche den Shitstorm schon. Den Shitstorm? Ja, Alter, der wird mich gleich... ...begegnen. Sind die Leute etwa AFK gegangen oder warum haben wir hier so wenig... ...Gegenwehr? Toll, ich habe einen Assist und einen Death, Alter. Ich bin so... ...schlecht. Weißt du, es kommt davon, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Leute, lernt daraus. Oh oh. Oh shit, ich bin tot. Ach, scheiß drauf. Du bist tot? Ja man, da waren drei Gegner, ich konnte da auch nichts mehr machen. Leider habe ich meinen, äh... Dennis! Ich habe einfach gefehlt. Ganz einfach. Mann, wären das uns Leute gewesen, hättest du einen Pentakill machen können. Bist du dumm? Pfff! Mit Bunkmaster Darius! Ne, also... Ich spiele einfach nur den falschen Chap, um Pentakill zu machen. Es ist zwar möglich, aber nicht 1v5, denk ich mal. Ich habe schon mal 1v4 einen Quadra gemacht, aber 1v5? Ich weiß es nicht. Vor allem bei einem gefielten Rengar. Ansonsten wäre das eigentlich möglich. Allerdings standen da auch ganz viele Tower, deswegen... Diese Jinx, Alter, sie sind so dumm, ne? Wie die Jinx. Ist ja eine Sie eigentlich, oder? Natürlich, habe ich ja gesagt. Oder ist... Oder ist es... So eine Transe. Ich glaube es ist eine Transe. Du hast immer noch keinen Tod... Oh doch, einen Tod hast du. Missgeburt. Gefiedert. Du bist so ein Opfer, Alter. Warum bleibst du denn da stehen? Ich hab... Ich hab ihn nur einmal... Wenn ich da jetzt nochmal hinlaufe, dann kommt sie genau... Mit derselben Scheiß-Attacke nochmal rüber. Wuuuuhhhhhh. Und fickt mir hart hin hin. Po Po. Ja. Nicht so. Habt ihr diese Schuriken da gesehen? Das nennt sich Real Assassin Jungs. Die merkten gar nicht, dass sie gestorben sind. Die merkten gar nicht. Waaaahhhh. Waaaahhhh. Waaaaahhhhhhhh. Finish it. Ist egal. Okay, ich sollte mich nicht Harrison lassen. Harrison? Harrison Ford? Na, was? Das, meine lieben Freunde, war ein cooler Flash. Das, meine liebe Freunde, war ein flacher Witz. Jawoll. Ach, kacke, dann wollte ich ihm supergeil den Kill klauen. Ey, Scheiße! Motherfucker! Ohne Schatten gehe ich da echt nicht rein. Wahrscheinlich kommen die jetzt alle hergerannt. Okay, doch, 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 doch. Ich werde den Ritze töten. Soll ich den Ritze töten? Oder soll ich die Ritze leben lassen? Was für eine Ritze, Digga? Ach, Rice! Ja, Ritze, sag ich doch. Ich nenne ihn Rice-Fresser. Ich nenne ihn Ritze. Jetzt habe ich wieder 2.000, ne? Eigentlich könnte ich mir jetzt mal was leisten. Beise, es kostet 3.000. Na, egal. Juhu, bitches! Leute, ich dachte eigentlich, ich hätte genug Geld. Ja, habe ich leider nicht. Jetzt brauche ich nur noch 800, so langsam wie ich bin. Geht's eigentlich recht schnell. Was denn? Was sind zu Hölle? Nein, da gehe ich jetzt nicht lang. Nein, diese Mistgeburt, Alter. Dieser Burst Damage von dem, ne? Fick dich. Ich gehe da nicht lang. Nö. Nein. Let's all unite! Ach so, du kannst mal ruhig die Fresse ein. Ich werde dir nicht zuhören. Soll ich mir ein GA holen? Ich weiß nicht. Hol dir einen neuen Champ, du sparst nervös. Ich glaube, ich hole mir... Bla 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 bla. Ich hole mir bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob das OP wäre, wenn ich mir den Infinity entschuldigen würde. Egal, ich habe eh nicht genug Geld dafür. D-d-d-d-dominating, d-ding, dominating. D-d-dominating, d-ding. Was ist das? Ach Leute, ihr seid ja alle schon drinnen. Du chillst auf der Botlane rum und machst einfach gar nichts. Was ist dein Kiel, Alter? Alter, ich bin voller Anfänger, Mann. Junge, du brauchst dich nicht gleich beleidigt zu fühlen, Alter. Oh doch. Oh doch. Oh Gott, der will mich gleich ficken. Oh mein Gott, er ist tot. Er ist so tot. Ja, ich bin so tot, Alter. Oh Gott. Jetzt hast du sie in die Falle gelockt. Ich werde dich rächen, Bruder. Er hat wen in die Falle gelockt? Ich werde dich so rächen, Alter. Ja. Fuck! Ich bin mal, Alter. Ich habe ihn jetzt schon zweitens gefeiert, Alter. Er hat sich einfach geflasht. Ich konnte dich nicht rächen. Ich weiß nicht. BALANCE ISS WEAKNESS! Aua! Gut, dann hole ich mir jetzt mal ein bisschen neben. TAK! Ich kann's mir holen! Aua! Fuck off! Digga! Was ist denn hier los? Oh fuck! Ja, wenn du... soll ich... soll ich in der Botlane versauern oder soll ich zu euch? Komm zu uns! Damit du auch endlich mal einen Kill kriegst. Okay. Warum habe ich jetzt 200 Punkte bekommen? Fuck! Er tutelt mich noch! Er hat mich echt noch bekommen! Wer ist der Walking Wig und weshalb sind die alle weggegangen? Ist da jemand? Da ist bestimmt irgendjemand, der will mich jetzt gleich vergewaltigen. So... Sechs Sekunden hat er gebraucht um mich zu töten. Er macht doch einfach viel zu viel damage mit seinen Basic Attacks. Weißt du? Basic Attacks und so. Okay Leute, ich bin da! Ich bin drin! Oh shit! Und er ist sofort tot! Nein! Nein! Er ist zu tanky! Er stirbt nicht! Er stirbt einfach nicht! Er ist zu tanky! Oh Gott, Alter! Ich hab das echt noch geschafft! Der Kassadin sieht aber... Oh mein Gott! Er überlebt es auch, Alter! Warum nimmt ihr so wenig Schaden? So, der Babo ist da! Pantakill inbound! Alter Schwede, ey! Könnt ihr auf mich warten? Ne, natürlich nicht! Ne, ich würde auf jeden Fall nicht auf dich warten! Ich weiß nur nicht, auf wen ich meine Ulti machen soll! Du bist der einzige, der eventuell hätte auf mich warten können! Mach auf den hier, zack! Dann mach ich das hier und das hier! BUDDY hat eure Channel! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Wir nehmen auf! Bitte geh raus! Bitte geh raus! Bitte geh raus! Wer auch immer du bist! Oder mute dich! Das passt auch! BUDDY wurde aus deiner Channel! Geh mal mit diesem Walking Wilk! Oder WLK! Ich bin einfach so OP diese Spiele, ne? Ja, ich eigentlich ja nicht, ne? Du definitiv nicht! Eigentlich! Ne, auch so! Verbindete, oh shit! Kann man den nicht killen? Nein! Kann man den nicht killen? Töte ihn! Töte ihn! Mach Ulti auf ihn! Mach Ulti auf ihn! Oh Gott! Ich hab die Ulti auf ihn gemacht, aber es hat nichts mehr gebracht! Es war zu früh! Schade eigentlich! Hab ich ein nächstes bekommen? Wenigstens! GG! VP! Surrender! Äh, 20! Die sind alle schon da hinten! Wenn ich hier jetzt vorrushe, werde ich wahrscheinlich von irgendjemand hart anal penetriert! Boah, war das easy! Oh, sie haben Surrendert! Sie haben Surrendert? Jep! GG! VP, meine Freunde! Alles klar! Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde! Wenn es heißt, let's play League of Legends! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!